Check this out! So Leute, Peace! Und was geht ab? Wir kommen zurück! Moin! Hallo, sagen kannst du auch nicht das Pony. Schrecklich. Ja Leute, wir sind im... Oh Gott! Was war das denn? Ja Leute, wie auch letzte Woche, wir sind immer noch auf der Flucht vor Nemo, weil Nemo vom Pony gejagt wird. Aber mittlerweile schießt Nemo auf uns, wir wissen gar nicht warum. Hat's vielleicht mit der Habfumme zu tun? Das vielleicht am Rüsten. Vielleicht hätte sich das Vertreter hier noch einfach mal irgendwie von der Stute ne geile Maske aufziehen sollen. Vielleicht wäre das Pony dann mehr erpaarungswillig. Er hat wahrscheinlich einfach nur was gegen die Schuppen vom Vertreterchen. Ach! Ich würde jetzt sagen. Jede. Ich bin auch nicht rein. Ich weiß nicht. also bei mir fehlt nur meine tür wir müssen jetzt aufpassen in die linkskurven ich bin zwar angestaltet aber weiß ja wie und da kassel muss das gleich hoch Autsch! Autsch! Scheißdrengler! Autsch! Huch! Ich krieg noch einen Schleudertraumer hier heute! Autsch! Autsch! Das geht nicht gut aus, das geht nicht gut aus! Wow! Na toll! Jetzt wird hier die Tür auch noch! Jetzt zieht es ja noch mehr! Ich werde noch krank! Huch! Das ist nicht gut aus, das ist nicht gut! Jetzt hat mich die U-Bahn gerade vor's platt gefahren. Ja, dann soll ich wieder ein Steiger holst. Menni! Ich steh in der U-Bahn! die war von schwarz war gehört hallo bei dir da kommt gleich wieder der toni ja weil seine fluggeräte hier schon drinnen nicht so ganz funktionieren das zu ich war ja gleich wieder nach draußen und dann heißt es wieder alle schlechte kommen von oben ist doch immer gut wo Oh, wir halten. Okay, es ist auch okay. Irgendwann wir reinkommen. Entschuldigung, die Hände, ich muss sie mal durch. Oh, hier bin ich. Malzana ist scheinlich orbital und das kannst du schon vergessen. Oh, hier bin ich. Ich hab echt verknüpft. Ich hab echt verknüpft. Ich hab echt verknüpft. Ich hab echt verknüpft. Nee. Ich hab echt verknüpft. 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 Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich will nicht an die Wand fahren! Aaaaah! Autsch! Oh. Ah! Ah! So, let's go. Was ist das, du brauchst, das muss reinprobieren. Na scheiße, hab ich mir mal ein eigener Ausstritt in die Luft, Alter. Das stimmt, nee. Böse muss ich dann rufen, ne? Und dann ausfüllen zum Knie. Dann muss ich nüßen. Ja, die sind so gut auch. Dann muss... Dann muss ich so gut gehen. Mhm. Ah, ja. Seben Tausend-Wand mit. Hab ich mal vorher ein Foto gemacht. Und der hat die Jungs zu, der aber auch weiterhängt. Der dann auch war auch für zu fliegen, wenn man den dann benutzt. So, um vor. Also, Vertreterchen, falls du mir immer noch auf die Nerven gehst, können die. Ich denke, es sind aber viele Flugobjekte am Himmel. Ja, wenn ich eigentlich eins esse, dann geht der auch rum. Der womit rumläuft? Mit einer Hose. Ich hab einen Schlippi an. Das reicht. Ich hab einen Schlippi an. Ich hab einen Schlippi an. Ich hab einen Schlippi an. Fuck! Fuck! Na geil! Was ist denn mit den Ufus gebrochen? Ne, definitiv nicht. Ne, ne, Ufus. Dann trifft der mich den ganzen Auto nicht mehr. Wat? Pony am Boden! Nicht gut! Ich dachte nur, ich sag auch nicht, ich sag auch nicht, ich sag auch nicht, ich sag auch nicht. Auch nicht gut. O, ich sag auch nicht, ich sag auch nicht. Ach! Geh, Geh, Geh! Fuck! 2 Meter war ich hinten nach unten dran. Was ist meine Entzäuferung? Okay. Jetzt kommt ein Nebo mit dem Hubschrauber. Jason, du machst so lange, du bist doch heuer jetzt, sonst stehe ich hier. Ja, guter Vorsicht. Ja, guter Vorsicht. Ja, guter Vorsicht. Ja, guter Vorsicht. Da hat's gescheppert. Oh, Nemo brennt. Jetzt in mir. Ich glaub, ich hab den Goldfischfeiergott. Ja, guter Vorsicht. Ja, guter Vorsicht. Du weißt, du hast keine Ahnung, wie ich dieses Spielfeld gespielt habe. Ich sag nicht, sonst legst du dich drauf an, weil du willst, nicht ich. Ich weiß nicht. Ich antippe dir, dass das gescheitige Spiel ist. Mann. Das ist okay. Autsch. Au. 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 Das war der Schaust. Nimmst du nämlich fix zu ernst, Kollege. Au. Scheiß Bull. Unerhört. Okay, also das Pony ist jetzt irgendwo. Der Goldfisch sucht Stress. Donkey Kong ist auch irgendwo. Ich kann den UFO runterholen vom Hilf. Was? Du willst ja einen runterholen? Nein, ich will den UFO runterholen. Ich will den UFO runterholen. Ich will den UFO runterholen. Ich wusste gar nicht, dass das UFO ist ein Schwanzer. Du bist doch ein Idiot. Idiot, wenn ich bitten darf. Ein Mucki-Mann noch. Ja stimmt. Ich hab mehr Eier als du. Der Goldfisch ist im Flugmodus. Scheiß Gewitter. Ja. 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 Ich bin gerade in meiner Beikörper. Dich gönn mir erst mal ein. Das kann man auch nicht versenden. Irgendwie. Wer hat alle auf Nebo oder was? Ah, da hat er noch mal verdient. You won't be thanking me tomorrow. Könnt ihr schon vergessen? Stop Donkey Kong, wenn's hart auf hart kommt eigentlich, dann können wir zwei uns entspannen mit Popcorn zurücklegen, die Show genießen und dat Polly nimmt den alleine Ops. Hier. Was war das für ein Versuch? Etwa? Wieso? Glückwunsch! Hast dich selbst umgebracht. Ja, das war meine Mission. Finde ich gut, die Mission. Wiederhol die. So. Wir machen zwar oben hier. So. 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 Ich habe dieses Todes-Auto-Schilder bei mir. Dann tötest! Es hat dich getötet, oder? Ja? Autsch! Und, ihr Braschis, ich lege mich auf die Fresse! Wer ist in der Nähe? Der Versicherungsvertreter! Ja, direkt. Kannst man noch Versicherungsaufschließen? Ja, eine Lebensversicherung, definitiv! Gleich fünf! Geh weg jetzt! Oh! Au! Autsch! Autsch! Oh, das ging auf den Arsch! Äh, das ist irgendwie nicht so bei mir. Nein. Autsch. Geh weg jetzt! Hehehe. Ich bring das Pech! Boah, Alter! Ich konnte nichts führen! Ich bin... Ich habe nichts zu haben, ich bin süpsel! Oh mein Gott, ich komme gleich rüber, ne? Ich schlag dich! Ich verpröbel dich nicht! Ich streichle dich nicht! Ich schlag dich! Warum streichelst du ihn nicht? Weil er hätte nämlich die Pen am Fallen ins Theater. Ja, ich war gerade am Griff, da bin ich den Boost aktiviert. Ich kann es überhaupt schon liegen. Du kannst weder Auto fahren noch Driffen und schießen, sonst immer zu trocken. Ich bin jetzt so. Du kannst es nicht! Wenn du hättest Driffen können! Dann wärst du mir nicht in den Motor reingepfeffert. Wenn man die ist schon an der Boost aktiviert, kann man nichts mehr kontrollieren. Ja, dann macht man das gar nicht! Auf den Arsch! Ich dachte, du bist der Hoffer! Ich bin ein Griller. Wo ist eigentlich das Pony? Der fliegt beim Flugzeug. Ja gut, den habe ich heute sowieso mehr fliegen sehen, als fahren sehen, also von daher. Ah, ja! Da muss ich mir erstmal die Klamotten schreien. Das ist der Flugpony! Shut up, Chef! Durch das! Was willst du? Ich glaube, du musst nur die Box ausstatten. Wie du auch! Ja, muss man bei Klabottenlagen gucken. Bei Hosen. Ja, bei der Hitze. Yesen. Das ist jetzt schon passiert. Das war eine Scheiße. Nee, du hast bestimmt die falsche Kategorie geguckt. We have that in multiple colors. Drop it, creep! Hello. Geh ins Schrott. Ah, da ist es. Hab ich. Untersteh dich. Och, Jason, halt einfach die Kappe, ey. Du wirst schon längst vorn, Alter. Nicht nur, Alter. Okay, guck, weißt du, was ich mich gerade frag? Was denn? Ob das Pony wohl überhaupt einen Pilotenschein hat? Hm, muss ich mal fahren. Er sagt, geht. Ich glaube, das Pony wird auch ja sagen, obwohl es gar nicht stimmt. Wer da jetzt gequatscht? Hier hat sich irgendjemand in unseren Funk reingeschlichen. Hast du das auch gehört? Ja, eben so eine komische Stelle. Ich kriege diese Scheiße ja weg. Ja, Kai Doberteil machen. Da war sie schon wieder. Ich muss da krank werden. Hier, wie kommt mir diese Stimme auch irgendwie bekannt vor? Ob es warm? Auch ein bisschen ziemlich heiß geschossen. Ja, da flog gerade ein Polizeirotor vorbei. Oh. Aber nicht auch die gute Art. Das ist noch schön hier. Besser ist das? Oh, ja. Das ist wie Kino. Man kann mich ja gucken. Herr Jäger, Meister, bleiben Sie bitte draußen. Nein, gehen Sie raus. Kommen Sie hier nicht rein. Gehen Sie raus. Raus mit Ihnen. Gehen Sie durch diese Tür da und verlassen Sie dieses Gebäude. Herr Jäger, Meister, Sie können nicht durch die Scheiben schießen. Das macht keinen Sinn. Gehen Sie einfach raus. Genau. Tschüss. Oh. Ich glaube, jetzt hat er den Knöchel verstaucht. Oh, sein Kollege ist Feuer und Flamme. Der, wir. Huch. Wie ging das nochmal? Zehn kleinen Jägermeister. Oben einen grünen. Okay, die Karre liegt auf der Seite. Huch. Tötsos zieht. Er ist da schnell zugegangen. Ui. Abgehoben. Das Wort ist auch schon da. Bitte mal spannender hier. Das ist scheinlich. Das ist scheinbar. Das war's für heute. 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 ww Aber ich würde auch sagen, jetzt in der Zeit, wo das Pony hier noch am Lackieren ist und so, können wir uns für heute auch schon wieder verabschieden. Jo. Ui. Das ist aber ein Unterschied, wenn da andere Felgen drauf kommen. Ja gut, Leute, dann machen wir uns für heute wieder vom Acker und ihr schaltet nächste Woche fleißig wieder ein und guckt, wie das fertige Kfz vom Pony aussieht. In diesem Sinne, macht es gut und ja, Peace. Also tschüss. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.